Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir wollen hier jetzt mal den Gulliver endlich außer Gefecht setzen, weil wir seine Federn brauchen. Und werden hier auch noch von Boris attackiert, natürlich. Wie soll es denn auch anders sein? Komm, ich will hier hoch. So, wo ist ein Gulliver? Da oben ist er. Ach ne, da oben holt er sich jetzt einen Stein. Na toll. So, okay, der kommt auf uns zu. Und. Ja, nice. Erwischt. Wo ist er hin? Ich sehe nicht. Wo ist er hin? Da oben ist er. Okay, der kommt jetzt wieder auf uns zugeflogen. Und. Nein. Der ging daneben. Aber, ich glaube, ich habe jetzt gecheckt, wie das mit ihm geht. Wir brauchen aber erstmal auch hier, weil es Sichtfeld oder Schussfeld auf ihn. Da ist er. Und. Daneben. Haha. Okay, aber wo ist er jetzt wieder hin? Wo holt er sich jetzt den nächsten Stein? Wo ist er? Sie nicht. Da. Ich habe ihn nicht erwischt. Den haben wir auch verloren. Das sind ein bisschen zu viele Pfeile, die wir verschießen. Okay. So, und... Jetzt! Ja. Oh, und jetzt hat er uns erwischt. Okay. Da ist er. Komm. Und... Nein. Oh, okay. Ah! Wo ist er wieder hin? Ich hab keinen Plan, wo der ist. Da. Jetzt haben wir ihn. Und weg ist er. Und wieder. Und Wassermelonen. Autsch. Okay. Wo ist er? Da. Da fliegt er. Den müssen wir irgendwie klein kriegen. Vielleicht brauchen wir auch bessere Pfeile. So, erwisch. Äh. Okay, daneben. Perfekt. Und jetzt... Wer ist das? Na ja. Und wie ist das? sehen können wo er hinfliegt ich höre ihn aber ich sehe nicht da so schlimm mit dem eigentlich wenn man ehrlich ist okay da ist er wieder hin haben wir ihn erwischt nein hatten wir nicht ich hasse ihn der so flink okay hier vorne das heißt den erwischen wir jetzt oder doch nicht ja wer wird zuerst drauf gehen hier er oder wir wir haben zu spät los geschossen und ich glaube den fall kriegen wir auch nicht mehr wieder wie viel haben wir noch vier pfeile das wird schwierig ok der kommt jetzt gleich auf uns zu nein wir haben jetzt festgesteckt wir brauchen mehr pfeile und wir müssen was essen da kommt er schon und da fliegt er weg da will er landen hinterm baum auch noch daneben ich hoffe der pfeil liegt liegen wo noch ja den kriegen wir wieder immerhin so ich hoffe jetzt erwischen wir ihn ja aber wie viele pfeile der einstecken kann ok den müssen wir wieder kriegen hoffe ich irgendwo das war da nicht wir brauchen neue pfeile wir müssen noch mal zurück wir haben also auch irgendwie müssen wir neue pfeile kriegen wo ist er wieder wo ist er wieder hin da ist er da kommt er angeschnitten und da ist er ist er tot? nein aber wir haben auch keine muni mehr wir müssen noch mal zurück und ich hoffe Boris attackiert uns jetzt nicht wir müssen uns neue pfeile machen ok daneben geschossen aua danke Boris so dann sind wir jetzt erstmal hier drinnen wir brauchen hier drinnen auch licht ganz dringend so pfeile gab es hier da dafür haben wir keine planken haben wir hier noch planken ich hoffe hier haben wir planken ein das müsste erstmal reichen für sechs schuss dann gehen wir noch mal gegen gulliver in den krieg ouch danke Boris vielleicht müssen wir auch vorher erstmal paar bäume schlachten weiß ich nicht ich hoffe nur dass gulliver hier nicht ähm sein leben regeneriert ach da ist er ok der wird gleich auf uns zufliegen und ein schuss wieder verloren ach da ist er ok der wird wieder auf uns zufliegen kommen ja endlich aber alle pfeile weg das brauchen wir nicht wir haben nur noch diesen einen pfeil und der bogen ist auch schon fast hinüber aber immerhin können wir jetzt hier ganz in frieden ganz in ruhe die ganzen bäume abholzen das einzige was uns jetzt fehlt ist so ein bobbelfisch für das explosive pulver damit wir uns hier die alpakas lamas oder was auch immer sind ich habe mir immer noch nicht gemerkt wie ich die genannt habe vielleicht überlegen wir uns auch einen komplett neuen namen für die oder ihr könnt sie auch suchen dürft ihr auch den kommentare ich lese die eigentlich alle durch ich beantworte die nur nicht immer weil die achso fünf pfeile haben wir da unten sehe ich jetzt das ich beantworte die leider nur nicht immer weil ich nicht immer die zeit habe weil ich über oft über die youtube app mir das immer ansehe und da bin ich ja dann meistens eher mit dem zibat account drinnen und nicht mit dem mit dem hier wo ihr jetzt meine videos anseht und darüber möchte ich dann ungern so dann beantworten wenn schon dann lieber mit meinem richtigen youtube account mit dem wo ihr auch mit meine videos sehen könnt ok axt da ok da müssen wir eben noch mal ganz kurz zurück oh die kokosnuss können wir uns noch mal gönnen und komm den schenkel können wir uns auch mal ja dann ab zurück auf ship eine neue axt bauen habe total vergessen dass wir eine neue axt brauchen so mein kaffee ist auch schon eigentlich kalt geworden warum auch immer na boris bitte bleib weg ok boris hat uns jetzt noch nicht im visier aber jetzt dreht er sich um das heißt er wird uns jetzt gleich im visier haben und jetzt jetzt hat er uns ja er wollte schon zubeißen so kenn ich doch meinen boris sooo was haben wir hier eins und zwei und hier war der rest perfekt ach nein ich habe hier doch oh nein ich bin so ein genie packen wir erstmal hier rein ok dann haben wir für nächstes mal auch nochmal einen wie konnte ich das vergessen dass wir einen hatten oh oh boris und nein nein und der erwischt uns trotzdem ein kleines achtschloch ist er ok jetzt erstmal wieder hoch komm komm ich will hoch so ja ah ja und in die höhle wollten wir ja auch ne aber wie konnte ich übersehen dass ich da noch eine axt hatte und wie konnte ich das nochmal vergessen egal dann ist es halt so ja und ja nice so und hier drunter durch dann holen wir uns jetzt die anderen bäume moment wir haben wieder eine ein paddel den wir nicht brauchen das hier haben wir auch noch warum das auch noch und wir hätten auch noch mal kurz zwischenlagern können die sachen na egal dann ist doch jetzt halt so und hopp 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 gelbe blume brauchen wir nicht aber den baum was war das palmblatt palmblätter brauchen wir nicht so hier haben wir den nächsten und die wollen wir einsammeln die viecher da und ich wette von denen kriegen wir die wolle oh es fängt dann zu regnen das ist ja super so dann gehen wir jetzt mal wieder hoch versuchen wir suchen uns den weg nach oben war doch glaube ich hier hinten irgendwo ja nicht runter rutschen ja war der nicht hier der weg ja komm oder weiter hier hinten ja komm dann gehen wir mal so hier rum ah ja hier war der stimmt aber hier unten gab es nix ich müsste aber auch mal schauen wo wir diese diese kugelfische diese bobelfische finden haben die eigentlich einen speziellen namen eigentlich schon wir müssten hier einen namen haben also da haben wir den nächsten baum konnte ich den übersehen dann können wir das wieder wegschmeißen das und das ja da ist noch eine kiste nice noch mehr ananas ich glaube ananas brauchen wir nicht was ist das mango das können wir auch noch wegschmeißen eigentlich können wir mal die kokosnüsse und die pilze aufessen dann hätten wir jetzt noch ein bisschen platz ne ich glaube die roten bär brauchen wir auch nicht lassen wir mal sein schmeißen mal weg das schmeißt man auch weg und das schmeißen auch weg und wir tauschen die mal ein bisschen so den laden brauchen wir auch erstmal nicht gehen weil wir bisher noch nichts geangelt haben was wir dort verkaufen können müssten wir aber mal machen so palmblatt, palmblatt, mangosamen, mango und hier der nächste na hör auf zu ruckeln na gefällt mir gar nicht dass da wirklich am ruckeln ist was ist mit der cpu gerade los die cpu hat gerade bei mir hier jetzt auch plötzlich einfach mal so aus dem nichts sich gedacht komm wir gehen mal auf 90% normalerweise beim aufnehmen ist das also aufnehmen und spielen ist es so unter 50% aber plötzlich so schlägt das einfach mal auf 90% aus das war jetzt interessant einfach mal oben drauf gelagert so okay noch mehr planken also bäume sehe ich jetzt nicht dabei bräuchten wir noch ein paar es kann sein dass wir immer irgendwie irgendwo einen übersehen haben oder zwei schauen wir mal von hier wird da unten noch einig übersehen haben erkennt tue ich bisher noch nichts aber ansonsten heißt das für uns erst mal wieder zurück hier scheinen wir auch alle eingesammelt zu haben ja dann wieder zurück wir haben aber diesmal genug für die ersten paar bauten und die sonne geht schon wieder unter wie schnell geht denn hier der tag vorbei so wo ist boris sie nicht ist aber euch schwarz unter wasser da ist er schon so haben wir geschafft und schnell nach oben drehen 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 ganz schnell drehen wir wollen wieder in der strömung sein ja erst mal einlager müssen wir auf jeden fall machen und hier vielleicht noch ein paar planken rein so was können wir hier reinpacken kletterpflanzen hier das können wir da reinpacken und die fehler wir haben jetzt 20 federn exakt dann hier können wir nichts davon hier die lassen wir eben noch auf tasche da kann jeder ganze rest rein das hier zum beispiel glas kletterpflanzen glibber mit teilwaren holzen aber auch wieder hat ein bisschen nachschub ah wassermelonen haben war habe ich nicht gesehen dass wir wassermelonen haben dann packen wir mal da hin und wir haben doch so wenig 71 okay 71 geht wohl wieder habe ich nichts gesagt also den pinsel wo haben wir den pinsel hingetan ach hier komm machen wir da rein also die abzt können wir auch mal hier hin lagern wir brauchen eine eigene werkzeugkiste das packen wir mal da so was färben wir alles hier ein haben wir hier noch wieder was ah nice noch mehr schwarze farbe 144 schwarze farbe nice so die agonische might wird hier zur black pearl ich sag's euch so und hier noch und dann können wir jetzt mal schauen wie wir da das hier machen ich muss ja irgendwie wie hoppala nee hier oder wir machen das so und hier auch noch mal dann kann das hier hin dann müssen wir überlegen wie wir das da machen aber hier können wir dann so zu machen oder wir machen hier äh hoppala vertippt so und nochmal so und dann nochmal wo waren die halben hier und dann brauchen wir hier auch nochmal zwei nägel die wir hier vorne irgendwo haben da haben wir sie achso ich wollte den hier dann wir hier den bereich zu haben ähm ich sehe nichts was ich da mache ok wo war denn das jetzt ich hoffe das war jetzt genau da wo ich das haben wollte da oben müssen wir auch einmal so zu machen aber nein fühle mich ihm genau in den maul hier habe ich jetzt vergessen da habe ich den aber da habe ich jetzt vergessen toll ich bin ein genius naja egal ich würde sagen weiter machen wir in der nächsten folge mit den dingern hier ne hier müssen wir schon eher in diese richtung hier gehen wenn das mal funktionieren würde ja irgendwie wird das nun klappen vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deos und ciao und ich bin's da ich bin's da ich bin's da Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020